und willkommen zurück zu let's play landwirtschaftsingulator 2015 an diesem schönen rosenmontag sagt es einfach direkt und darum sagt es auch für euch aus allah und verlaut zusammen gut bei mir er hallo nein danke aber da ist ja regierungsabhängig und ich bin es gerade echt zu doof für den timer zu setzen beziehungsweise zu starten so jetzt haben wir direkt gefunden rosenmontag ist wieder karneval es hat der letzte woche mittel schon angefangen da habe ich aber beim aufnehmen ehrlich gesagt nicht daran gedacht so aber kann man jetzt kann man sein wir sind hier am spiel ist und leiser machen wir waren hier stehen bei unternehmen silage und du machst mir extrem große scheiße wie oder penner da habe ich gleich nacharbeiten mache ich hier ungern aber was soll es so irgendwo lassen wir mal hier stehen und jetzt jetzt her unternehmen silage ist am laufen heißt also nächste woche könnten wir damit durch sein so starten bis dahin haben wir noch einen kleinen zwischweiten weg müssen dass man hier abwarten was hier kommt wir uns haben es gerade noch den kollegen dumm steuer genau steuer du und fange schon mal an zu düngen und fange schon mal an zu düngen so so langsam kommen wir doch hier in unser gefühlse rein so langsam kommen wir doch hier in unser gefühlse rein so langsam kommen wir doch hier um die scheiß bäume die englische weg kommen die geben so der mast auf den piss mal oben bitte hoffe ich mal Naja, da sollst du nicht umfangen und nicht schreit. Das wird bestimmt schon wieder ein großes Hin und Her geben. Jetzt haben wir grad hier Ei, Schweine, ne fast nicht, aber Schweine habt. Haben wir Glück gehabt. So wie ein Räumchen. Aurelzeit ist gekommen. Ich geh mal zum Sack mal, als ich die Beine da reinhole, die... Woh, vor dem Hals. Da seh ich nichts damit ist. Nur die Karriere. Auge stehen. Den Kollegen sind jetzt fertig, das ist auch kein Problem. So, de la. Da kann ich es nicht machen. Das ist auch ein bisschen maß. Hast du mal einen Stay und... ...und... 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 Ich müsste unbedingt hier noch die Netzrunde fragen, ne? Ich sehe gerade. Ich muss mal schauen, wie der hier klarkommt. Wie wir klarkommen hier. Ich hoffe es läuft besser als wie... ...mit den anderen Bäumen, die wir da... ...vor 2-3 Wochen gemacht haben. Ich hoffe es nix ist. Wir müssen auch das drischige Gerät einschalten. Einmal den Baumgarten umschmeißen. Jetzt fällt er. Ja... ...kann immer das drischig sein. So, jetzt müssen wir gerade ein bisschen... ...hier... ...ein bisschen hier... ...da ein bisschen... Jetzt stehen wir genau auf dem Teckel drauf. So... ...hier... 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 ...hier schieben gerade ein bisschen fest irgendwie. ...so... ...nauern schnitt. muss eigentlich reichen ist ein ich jetzt hier hoffe ich will nicht arbeiten weil ich muss aber gar nicht einmal drehen mit zwischen den kranten fahren kann sieht doch schön aus noch keine zonen So in meinem Meer. Das hat das andere erwischt. Ich geh wieder gut an, ja. Nein, lass uns das gleich schon. Lass uns mal so legen, holen wir uns gleich. Ja, komm, holen wir. Schönes Fresschen. Ich muss gerade einmal hier. Okay. Waren wir gerade hier schneiden. Jetzt holen wir uns gerade mal den hier, den hier nacharbeiten, der hier versaut hat. Der blöde Penner. Der ist so doof zum scheißen, ja. Ah, okay. Wir müssen mal gucken, wie das mit einem anderen Teig aussieht. Vielleicht haben wir Glück, dass es mit einem anderen Teig anders aussieht. Ich habe das mit einem anderen Teig aus. Vielen Dank. Jetzt habe ich wieder oben das auch noch mal. Oma hat er ja auch scheiße hier raus. Das ist ja zu knapp. Ich lasse der Helfer. Ich muss wieder irgendwas anderes machen. Irgendwie. Haben wir jetzt nicht so lange. Ich kann mir die Zeit vorstellen. Hoffentlich ernten und zu fast machen. Upsa. Na klar, dass ich hier rein fahre. So kannst du jetzt. So, wir können die Zeit vorlaufen lassen. Ah, ist schon. So, nur auf die 20 Sterne. Oh, vielleicht haben wir gleich die Banu mal ein bisschen setzen. Oh Mann. Oh Mann. Ich glaube, wir werden geschissen hier oder was. Oh Gott. Oh Gott. Lass mir. Lass mir. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Der hat Angst vor mir. Die Kraft ist jetzt nicht so fertig. So. Die Zeit runter. Ich mache das einfach nur fertig. Ich nehme meine Position. Dann muss ich eine andere Seite machen. Das ist kein Problem. Jetzt kriegen wir schon hin. Es bleibt doch immer ein Bioti, Young. Ja, super. Ich werde wieder übergehen. So, Raps. Erstmal gespart. Raps, der Raps. Raps, der Raps. Zwischenstellung. Ich brauche einmal bitte den Drescher. Ich brauche einmal gerade oben rum fahren. Hier am See entlang. Hat auch was schönes. Körnermais. Das war geil. Körnermais. Und dann sehe ich ja. Wie klappt das? Muss ich Vorherwände machen? Muss ich keine Vorherwände machen? Hier dürfte es eigentlich so gehen. Aber da unten dürfte es problematisch werden. die andere Seite. Ah, gut. Müssen wir gucken. Müssen wir gucken im Augewald. Dann lassen wir den Rohrlauch jetzt mal wieder die Scheißmann fertig. Blöder Penner da. Du hast den Häcksler rein. Gut. Dann machen wir eben anders. Weil du meinst, du müsstest mich ärgern? Kein Problem. Du weißt aber, dass du die Götze anziehen wirst. Du scheiß blöder Baum da. Seht ihr da? Schon hat er verloren. Letzter Baum hat er schon. Oh. So, wenn ich den Bauch Ja, so geht es auch Wenn er im Stich liegen bleibt, heils jetzt So, erledigt Das Schnee von gestern Äh, abgehakt Einmal gerade Dieser Mehlbresche sagt Der sagt bis jetzt läuft Das ist schön Nein Das verkehrte Trecker Äh, keine Maschinen Ach so, die Maschine brauche ich Mann Und was hat er jetzt gewusst Nachfrage alles Wir hatten, wir hatten Wir hatten Kartoffeln Und Körnermais 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 Ja Schön Aber den ganzen Hänger Trinkt noch nichts, was zu machen Das ist noch nicht Ja Schnauze Ich mache das noch So, als fertig Da hat man dann Nächste Folge Anfangen können So Und damit sind wir Für diese Folge wieder durch Ich hoffe wir hatten Wie immer Spaß Und sagen Wer es euch gefallen hat Schaut euch morgen wieder Zu einer neuen Folge Von Let's Play Landort des Monatour 2015 Bis dahin Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal So